Hallo und herzlich willkommen zu Necrox Lp. Ich bin mega am Arsch, jetzt nehme ich schon hier Dishonored auf, was auch schon lange nicht mehr kam und ich freue mich, dass ich endlich mal Zeit habe dafür. Aber hey, es war eigentlich was ganz anderes geplant. Eigentlich wollte ich heute eine kleine Aufnahme-Session mit einem Kumpel machen zu Far Cry 3. Ja, Far Cry 3, ihr hört richtig. Far Cry 3 und es wird jetzt einfach nicht heute gemacht, weil sich Ubisoft mal wieder denkt, Fick dich, wir benutzen ein richtig veraltertes Online-System, ihr müsst erst die Ports in euren scheiß Routern einstellen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Port in einem meiner Router einstellen musste. Aber es ist lange her, sehr lange her. Und ich bin eigentlich auch nicht gewillt, dies zu tun, aber... Okay, jetzt brauche ich eine Kombination. Haben wir hier irgendwas drinnen, das wir nicht vorlesen, das will ich ja machen. Ein riesiges Slack gelaunt. Haben wir hier irgendwo eine Kombination? Was kommen wir denn hier noch so? 23 Meter weiter ist noch eine Rune. Vielleicht kommen wir auf die. Ich bekomme mega das böse Ende, das weiß ich jetzt schon. Aber hey, es hat auf. Was passiert? Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf. Bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor tausend Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Wahlknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Rune eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt meinen Erschein vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk. Und führt grausame Rituale unter der alten Abteil durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen etwas interessanter zu werden. So wie ich. Tja. Ich bin halt geil. Anders geht's nicht. Ist hier vielleicht irgendwo was mit einer Zahlenkombi? Geld. Interessiert mich nicht. Ich weiß nicht ob das wirklich gut ist die zu lesen oder nicht. Ähm. The Outsider walks among us. Okay. Ich geh mal hier drauf. Ich will eigentlich diese Rune da auch haben. Aber hey. Warum auch? Ich geh mal weiter nach oben. Ach ne. Hier war ich ja schon. Ich weiß nicht mal was unsere Aufgabe ist. Na ja. Ich würde sagen, nein, 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 fick dich, fick dich, fick dich, oh mein Gott. Hardcore auf die Fresse, fliegen schlechthin. Ähm, ja, dann geht's weiter. Ohne Rune, dann... ...krieg mal hier drauf. Jetzt ist meine Aufgabe, jetzt will ich das jetzt mal wissen. Führe Sokolov, okay. Genau, sich umsehen bedeutet, die Waffen aufzuspähen und dann zurückzukommen. Das betrifft nichts, ein bisschen technisch offiziell ist. Immer noch holen wir. Wir mussten das Ladegerät berühren, dann ist er in das Dienstbezirk. In Ordnung, gut. Wir können nicht noch mehr Leute verlieren. Berühre vor Dienstbeginn das Ladegerät. Dann kann mir der Blitzteiler nichts anhaben. Bei diesen Dingern sind wir ganz... Wir mussten das Ladegerät. Geil was ab, du hier bist... Keine Sorge, ich find dich schon. Ich will dich finden. Echt was? Hm, naja doch nicht. Spiel 1. Wetteinsatz hier 5 Minuten. Achso. Wir hatten hier also gewettet. Oh kranker Scheiß, oh kranker Scheiß. Okay, okay, okay. Dann werde ich jetzt mal runter gehen. Mal gucken, was ich hier so anstehen kann. Da müsste ich jetzt echt nicht gerechnen, dass wir jetzt schon eine krass neue Fahrzeugstrategie haben. Okay, war das jetzt der Strom oder was hat mich da jetzt getötet? Okay, na, bin tot. Letzter Speicherpunkt. Jetzt müssen wir da Rune spawnen, oder? So. Nur ein Healer. Okay. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ich bin kein Hexenfisch. Ich werde dich nicht mehr lange verstecken. Hey. Du. Jetzt habe ich dich. Umbringe dich. Okay, es sind die Stromschlüsse, die mich töten. Okay, die Stromschlüsse. Die Stromschlüsse. Ich werde irgendwie dran vorbei. Ich weiß, dass du hier hast. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Okay. Ich werde dich... Ja, okay. Ich fail hier gerade auf Höchstniveau. Aber so bin ich halt. Fail nur auf Höchstniveau. Das ist mein Job. Aber was ist denn das? Du kannst dich nicht mehr le- Du kannst dich nicht mehr le- Das ist mein Job. Du kannst dich nicht mehr le- du kannst dich nicht mehr lösen. Erstens mir versch Ich meine, dass du siehst, wie die Reise recovery hast. Okay. Nein. Ja, das ist nicht. Da bist du ja! Du wirst im Fluss landen! Da bist du ja! Zieht auf die Beine! Ich werd dein Versteck für dich! Zu den Waffen! Hier ist er! Geh das! Geh das! Das war doch mal was! Ganzhaft hast du noch was? Nein! Warten! Kann man hier so dran? Kann ich ihn so diskarten? Wie bist du? Danach speichere ich! Ja! So! Spiel speichern! Wie ihr seht! Der 28.05. Das letzte Mal! Und jetzt kommt hier so 23.06. Ein Monat! Da ist der nächste! Da ist der nächste! Da ist der nächste! Das ist keine Ahnung! Ja! Das ist keine Ahnung! Ich bin dich schon! Helft mich zu finden! Ich bin doch wieder an der Seite! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Ich hab keine HP-Tränke mehr! Da bist du ja! Haltet ihn im Augen! Hilft mir doch jemand! Umzingelt ihn! Was? Alter! Ich weiß nur! Das ist jetzt ein bisschen aktueller! Auch zu einem anderen Let's Player! Ähm! Oculus Rift! Sagt bestimmt jedem was! Oculus Rift muss jedem was sagen! Dieses Spiel! Mit Oculus Rift! Also! Falls das hier irgendjemand sehen sollte! Und diese... Oculus Rifts schon zu Hause! Irgendwie als Tester oder sowas! Bitte! Nehmt es einmal für mich auf! Mit Oculus Rift! Ich... Ich weiß, es wird nicht viel bra... Also! Viel für mich bringen und sowas! Und so! Aber... Hey! Ich will wissen, ob es funktioniert! Manipulieren! Ist manipuliert! Wie geht denn? Wacken! Bittaden klingeln! Hä! Wacken! Nee! Jaworowski! roadshow! Ich bin Turmsteiger von Babylon. Drei Tage später. Hä? Sind wir schon da? Da will ich jetzt nicht runterfallen. Da will ich auch nicht runterfallen. Jetzt ist ja noch weiter nach oben. Hoffen wir es doch mal. Windtot! Ich bin so ein Fehler. Soll ich das mal so sagen? Ich muss auf den Kopf erstmal frei bekommen. Oh. 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 Oh ja. Kugeln. 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 Essen. Nicht zu essen. Nicht zu essen. So. Ich muss ja mal gucken. Ähm. Da ist doch eine Brücke. Da ist doch eine Brücke. Die will ich jetzt benutzen. Die jetzt nicht mehr stimmt, wird einfach irgendwas hoch. die Kette ist glaube ich zum abkürzen. Aber ich will nicht abkürzen. Ich will nicht abkürzen. Ich will nicht abkürzen. Ah ja. Leute. Verurteilt mich nicht. Ich bin alt. Na wartet mal. Ist hier irgendwo was? Oh die Bitchruhne da hinten noch. So. Kugeln. 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 Nichts mehr. War das das Rätseltslöser? Ich glaube nicht. Hey was war das? Ich hab doch was gehört. Was war das? Was. Was gibt's? Was gibt's? Was gehört? Das ist doch die letzte Scheiße. Das ist hoffentlich kein Scherz. Was war das? Hey! Was war das? Ich hab doch was gehört. Ich werde das auch nicht rumgehen. Was gibt's? Was war das? irgendwas stimmt hier Hier ist er! Hilfe! Stopp sie durch! Das ist mein Start! Nimm das! Haltet den im Auge! Na los, stopp schon! Halt ihn fertig! Vorsichtig! Gibt's ja nicht irgendwie sowas, umso mehr Gegner ich töte, umso mehr Leben bekomme ich ja selbst? Das wär ja nicht mal ne geile Rune Fähigkeit will ich mir sofort zulegen Wollen wir mal wieder nach oben? Hier geht's nach unten, zumindest ist es da theoretisch nach oben Ah! Der Schalter habe ich eben schon benutzt, glaube ich Das ist ein Tricky Das ist ein Tricky hier unten Da unten Muss ich jetzt wieder nach unten rennen? Okay, geh nach unten Und ich würde 500 Mud 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 Just to be the man wuahu ok 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 ja und ich will ja nichts sagen aber ich wäre gerade fast gestorben Ich kann euch nicht sagen, warum ich fast gestorben wäre. Weil ich Copyright-Rechte fast verletzt hätte. Ja, ich bin so verletzt. Okay. Prost, prost! Prost, prost! 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 Na zeig mal, hast du hier was? Blut! Hier sind nur aufgehalten, so Dreck sagt er. Und ich mach für den auch noch irgendwas. Oh mein Gott. Nur noch befreit. Dafür ist er jetzt tot. Na ja. Ach. Da ein bisschen was, da ein bisschen was, da ein bisschen was. Kleinen Brief. Mal dieser Alkoholiker. Wie krass aber hochprozentig diese Scheiße sein muss, wenn sie dadurch so geil Feuer spucken können. Probier ich das nächste Mal auch mal Trinke die Jack Daniels und dann... Was war das? Na ok. Gehts weiter. Ähm. Ja das nächste Mal Trinke die Jack Daniels und ich probier das auch mal auszuspucken. Muss doch mega krank sein. Aber ich glaub nicht, dass Jack Daniels nicht so viel Alkohol hat, dass das beim Spucken verbrennt. Ich glaub das kommt doch... Die Schlamme sticht doch zu krass zurück. Ich will auch gar nicht, dass ihr das versucht. So. Wärs auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Bruna. Und Leck. Oh kacken. Pfff. 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 Fertig. So. So. Haben wir noch irgendwas Schönes? Hm. Was ist zu trunken? Hm. 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 Was sagt mein Herz? Mir blutet... Ein Knochen und... Zugrüftenwert. So. Da hinten was. Und ich speichere erstmal. 23.38 habe ich das erste Mal gespeichert. Wie viel Lärm wird es jetzt? 52. Nein, ich hab jetzt eigentlich schon einen Part voll, oder? Ich mache jetzt einfach mal... Ja, ich speichere jetzt hier nochmal einfach... ähm... bei dem Party Ben und dann das nächste Mal weitermachen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschülü! Dsch parts. Tschüüüüüüüüüüüüüüük. daughters, gentlemen,